Ja, servus, ich bin der Hofe, ich soll... Ja, servus, Chefrin hat gesagt, ich soll dich heute begleiten. Was? Ich auch. Na? Doch. Ja. Dann schau her. Dankeschön. Ja, ist aber auf Urlaub. Ich weiß, es ist mir, gell? Okay, schön. Ich bin gerade bei einer großen Sache dabei von meinem Frühstück. Und ich zocken da oben. Ja, kein Ding. Was siehst du da? Du grinst, Baby. Ah, geil. Und wer bist eigentlich du genau, wenn ich vorgehebe? Ja, ich komme aus dem schönen Zillertal. Meilen haben wir gedacht, heute schaue ich mal vorbei. Warum nicht? Ja, weiter, schaue ich das Kommentare. Mach's? Und, was tun wir heute? Du hast heute? Du hast da oben gefahren. Aha. Du hast da oben waschen. Aha. Und dann schaue ich mehr Sachen. Ach, das ist geil. Das ist geil. Ich zocken heute noch eine Runde. Ich werde in einem Match hin. Ja. Der Drop kommt jetzt. Bist du gut in dem Spiel? Ja, voll ja. Ja, das ist so eine Woche gekommen. Das Geile ist ja, das macht mein Alltag angenehmer. Wieso, was soll ich denn so? Warum ist denn heute? Na ja, ich bin noch scheiße, letzten Tag. Ich bin noch scheiße. Besser kann es gehen. Ja, was ich jetzt den ganzen Tag mit der Chefrin unterwegs bin und stehe den ganzen Tag neben der Strasse. Da ist das ein perfekter Ausgleich. Alter, geht schon mal los. Da wird doch kein Gemäle. Alter, fliegt ihr einfach! Boah, ich halte das nicht mehr aus. Die ganze Scheiße, Alter. Ich kann euch nicht mehr. Bitte, lassen wir es. Sollen wir was anderes machen? Nehmen wir dann jetzt was anderes. Sehen wir was anderes? Wir haben jetzt durchgefahren. Die Scheiße sind zuerst mit Null. Mhm. Okay. Geh mal. Ja, du kennst mir. Ja, du kennst mir. Ja, du kennst mir. Ja, du kennst mir. Das ist alles so geil. Ein Tag Strand ohne Abonnen ist schon langweilig. Ich muss einfach driften gehen, das fühlt sich nix. Ich glaube, ich flieg wieder heim. Jetzt machen wir einen Mann an. Was der Auto gerade so macht. Alter, was ist auf dein Trottel? Was ist auf die Sauhetzer? Hab ich? Hab ich Manni? Und, was sagst du, was machst du? Nicht viel. Ja, bei mir auch nicht. Manni, ich komme heim. Ich gehe driften. Was du jetzt mit dem BMW driften musst? Du bist nicht mehr da. Nein, ich muss driften. Ja, Urlaub. Weißt du, wie es ist? Das ist langweilig. Ich komme heim. Ja. Du hast mal den Motor ausstehen und so. Ja, ich komme schon. Nutz dir nix. Passt auf. Tschau. Ja. Einfach aufgeregt. Ich glaube, ich spinne. Wir werden los. Ich hoffe, ihr schaut das Auto genau an. Weil es muss echt perfekt sein, wenn ich morgen heimkomme. Motor checken und so. Reifen checken. Das ist eh einfach genug gelaufen. Ich muss das Kitzbücher fahren. Ja, Backfus wieder. Ich habe gerade so genügend weiter. Oh, das ist meine ich. Das ist scheiße. Okay. Ja. Ich habe mir gedacht, der Schäfchen hat eine schönere Garage. Aber eigentlich liegt da nur Müll rum. Jetzt müssen wir es auch mal durchchecken und dann fahren wir mal runter. Weil das Wede ist trotzdem so schön. Darfst du fahren? Sicher. Das ist ja meiner. Einmal. Das Auto hier ist. Mhm. Das Auto ist da. Das Auto ist ja gar nicht. Das Auto ist ja gar nicht. Das Auto ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Der Burnout war ja gar nicht. Eben, ist ja scheiße geil. Und, oder? Ja? Ich schwing dich eh lang. Gehen wir. Gehen wir. Was geht? Sicher gehen wir. Ja, gehen wir. Gehen wir. Hey, gesessen geht. Fühl mir weh. Wir nehmen drei raus. Ich fang hin. Wolltest du den Motor checken? Ja. Ich habe den Motor checken. Geiler? Ja, im 3-Phone. Drei los. Geh raus mal. Pass rein. Du siehst. Das ist doch aus. Was? Was sind die Mäuse? Mein Charakter. Wir wollen was essen und dann habe ich schon eine gute Idee. Das Wichtige war, dass du hier ein Substier gehörst. Es ist eh schon meiner, aber ich weiß ja, ich fahre ja da immer. Das ist ja meine Heimstrecken. Fahrst du jetzt mal? Ja, warum nicht? Und der Schäfchen? Sagt dir nichts. Wir haben da was ausgemacht. Ich frage ihn wohl. Mhhh, magst du eigentlich nichts? Mir kommt es so vor, dass du jetzt mit Sachen flexen. Ich habe es ja nicht nötig, dass ich flexen muss, oder? Ich habe die Kohle, weißt du? Ich haus. Sag mal, kurz zur Pause danach. Geht's weiter. Was machen wir jetzt? Triften. Was? Ich habe echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was sagt der Schäfchen? Genieß es. Ich bin jetzt von deinem Chef, bin ich schon gewohnt. Aber von dir? Jetzt hast du so Faust. Dann steckst du mal raus, dann schaffst du das Faust, mein Bruder. Okay. Oh, mein Gott. Okay. Oh, mein Gott. Ich habe gesagt, ich bin jetzt großartig. hhhh. Ich habe das schwappen. Was ist so庉? Geil, oder? Ich habe wirklich richtig krank, vom Vorbeifahren gelernt, oder wie? Das passt, ja. Jetzt müssen wir in die Garage, oder? Ja, jetzt müssen wir in die Garage. Und nichts mehr jetzt, oder? Ja, jetzt ist es genug. Jetzt noch auf die Garage. Das ist so geil, ohne Scheiß. Jetzt hat es auch viel. Richtig arg. Profil, was sagt dir der Chef zum Profil, Mann? Nichts, das habe ich mit ihm alles ausgemacht, das passt schon. Okay. Ja, geil. Warte, mega. Ja. Warum putzen jetzt? Dass er auf nichts draufkommt, was heute passiert ist der Chef. Warum? Du hast eh gesagt, es passt. Ja, eh. Wir haben ja schon genug gefilmt. Was fühlen wir jetzt? Es bleibt auch rundins, was heute passiert ist mit dem Auto. Schreib es dem Chef, dass es passt oder was? Ja. Auto passt. Ich hole dann so gut dann 200 Euro Paypal. Passt. Du musst jetzt nicht nach Hause, oder? Kannst du mich nach Hause bringen, oder? Äh, nein. Ich freue mich nicht mehr. Ich habe schon so viel Bier drunter. Okay. Ich gehe zu Fuß. Passt schon. Wo muss denn ich überhaupt hier? Ja. Börgl. Okay, passt. Dort habe ich. Kannst du mich sicher nicht nach Hause fahren? Nein, sicher nicht. Okay. Schleif dich. Okay. Da ist ein Tür. Passt. Der will mir irgendwann mal filmen irgendwann. Ja. Schreib mir einfach. Okay. Auf Instagram? Ja. Ich habe das schon so, dass du mir nie geantwortet hast. Ja, ja. Ich möchte ihn einfach. Okay. Schreib mir auch nachher. Achso, okay.